Nach wie vor ist Covid-19 ein Thema für uns und gibt uns keine Ruhe. Es liegt mittlerweile eine Impfung vor, das ist sehr gut, aber noch immer gibt es keine Therapie, um diese Krankheit wirklich zu bekämpfen. Deswegen haben wir uns schon sehr frühzeitig Gedanken gemacht, wie könnte man denn mit einer Computeranalyse eine mögliche Therapie finden und schon als das Virus zum ersten Mal charakterisiert wurde genetisch, haben wir das also als Computermodell nachgebaut. Jetzt werde ich sehr häufig gefragt, was bedeutet das Computermodell? Wie kann ein Computermodell helfen, um hier eine Schwachstelle zu finden? Deswegen möchte ich darauf mal ganz kurz eingehen und ein paar Dinge dazu erklären. Nun, das Virus ist ja sehr klein. Es hat nicht sehr viel an Bord, was es mitbringt. Es kann sich alleine nicht vermehren. Es ist dazu auf einen Wirt angewiesen und der Wirt, der möchte aber eigentlich kein Virus produzieren, sondern der führt Erhaltungsreaktionen durch oder wächst und nun kommt also das Virus, dringt in die Zelle ein, programmiert diese Zelle um und saugt Material aus dem Stoffwechsel des Wirtes heraus, sodass der Wirt gezwungen ist, jetzt auf einmal Viruspartikel herzustellen. Genau diesen Vorgang haben wir uns angeschaut in der menschlichen Alveolar-Makrophage. Das ist eine bewegliche Zelle, die in der Lunge vorkommt. Wenn jetzt also das Virus dort eingedrungen ist und den Stoffwechsel umprogrammiert hat, dann müssen wir eigentlich wissen, woraus das Virus genau besteht. Wie ist es aufgebaut? Wie viele Proteine? Woraus bestehen die Proteine? Was sind die Aminosäuren? Welche? Wie ist die RNA aufgebaut? Welche Nukleotide kommen davor? Und so weiter und so fort. Was ist die Kopienzahl, die typischerweise ausgeschüttet wird, wenn das Virus quasi wieder sich vermehrt hat? Wenn man all das weiß und im Computer sammelt, dann weiß man ja, welche Substanzen der Wirt zu produzieren hat, wenn er einmal vom Virus umprogrammiert ist, um Viruspartikel herzustellen. Und wenn man dann vergleicht, was die Veränderung ist, der normale Stoffwechsel des Wirtes gegen den nun veränderten Stoffwechsel, welche Prozesse da nun viel stärker aktiv sind, nachdem das Virus vorhanden ist, dieser Vergleich liefert dann Angriffsziele, wo man den Prozess also stören könnte. Und unsere Analyse zeigt hier vor allem ein Enzym, die menschliche Guanulat-Kynase. Ich möchte nochmal hervorheben, das ist also ein menschliches Enzym, keins, was das Virus mitbringt, weil ja das Virus die Funktion des Wirtes sozusagen übernimmt oder ausbeutet für sich. Und jetzt ist es glücklicherweise so, dass diese Guanulat-Kynase also gebraucht wird, weil das Virus RNA als Erbsubstanz benutzt. Wir Menschen aber gar nicht so sehr angewiesen sind auf die Funktionen dieses Enzyms. Also auch bei verminderter Enzymfunktion an dieser Stelle können wir immer noch gut leben, weil es für uns Umwege gibt, wo wir die nachfolgenden Produkte auch noch anderweitig produzieren können. Und deswegen wäre das möglicherweise eine sehr gute Stelle, um anzusetzen mit einer Medikamentenbehandlung, indem man eben genau dieses Enzym jetzt in seiner Funktionalität stört. Mittlerweile ist auch eine andere Studie erschienen, die unseren Ansatz ebenfalls verwendet und ganz ähnliche Ergebnisse findet, was uns jetzt bestärkt, dass dieser Ansatz wirklich sehr sinnvoll ist. Und wer sich jetzt für die Details dieser Studie interessiert, der hat sich eingeladen. Sie ist frei verfügbar im Internet, kann also von jedem gelesen werden. Und kommen Sie auch sehr gern zu unserem Kanal. Da finden Sie noch sehr viele weitere Videos mit informativen Inhalten zu weiteren Themen in der Computersimulation biologischer Systeme. Vielen Dank!